Okay, kennst du mich bitte nicht, aber ich werde noch etwas leaken. Wie viel kostet ein Tag Rapplerie in Marokko? Wie viel Geld müssen die Jungs wirklich dafür in die Hand nehmen? Fangen wir mal mit dem Bleiben an. Das sind zwei Villas. Eine Villa die Nacht kostet ungefähr 1000 Euro und davon haben wir zwei. Dann noch ein paar extra Apartments wegen Platzmangel. Ungefähr 400 Euro am Tag. Dann Mietautos. Wir brauchen vier Autos. Ich denke mal ungefähr 160 Euro am Tag. Dann Essen, Trinken, Verpflegung, dies, das. Ich denke mal so circa 400 Euro am Tag. Dann haben wir natürlich auch ein Kamerateam. Wir haben insgesamt fünf Kameramänner, beziehungsweise eine Kamerafrau. Weil im normalen Tagessatz von 400 Euro am Tag würde das 2000 Euro am Tag machen für das Kamerateam. Dann haben wir eine Social Media Managerin, 150 Euro am Tag. Das macht am Ende des Tages ungefähr 4510 Euro für einen Tag Rapplerie in Marokko. Und die Flüge sind noch gar nicht dabei. Was willst du als nächstes wissen, bruh? Satting, bruh.